Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Guten Vorteil hat's ja. Sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschutzverkauf auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit... ...wird niemand ihn glauben, wenn nicht glaubt ihn ihre Frau nicht. Und sie werden ihn todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet sie 100.000 Dollar. Und sie werden sie vielleicht wirklich für den Bordsten бiooth sind. Und und der ganze Zeit, wunsch kendte Chaan. Und ein Jahr. Manchmal ver ports Hecht. Untertitelung des ZDF, 2020